Insgesamt haben wir vier Mitglieder. Wow, vier Mitglieder. Eins, zwei. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kennt ihr eigentlich das Prinzip der Genossenschaftsbanken? Was einer nicht schafft, das schaffen viele. Und das Prinzip ist bereits 170 Jahre alt. Und zu verdanken haben wir das diesen beiden Männern. Ein Applaus dafür. Aber was heißt Genossenschaft eigentlich und was bringt mir das als Kunden? Als Kunde hast du die Chance, bei uns Mitglied zu werden. Als Mitglied kannst du bei uns demokratisch mitbestimmen. Das heißt, du kannst dich zum Beispiel als Vertreter aufstellen lassen, und zu unserer Vertreterversammlung kommen, um dort deine Stimme abzugeben. Ihr bekommt zusätzlich auch noch eine goldene Bankkarte. Die sieht so aus. Und mit unserem Kontomodell VR Premium, was nur für Mitglieder ist, habt ihr noch viele zusätzliche Leistungen. Zum Beispiel ist da auch die goldene Kreditkarte inklusive. Das ist diese. Und wenn ihr mehr Infos zu der goldenen Kreditkarte haben wollt, dann schaut euch unser Video dazu an. Das verlinken wir euch unten in der Infobox. Außerdem haben unsere Kunden mit einem VR Premium Konto einen Dispozinsvorteil. Zudem bekommt ihr als Mitglied bei den Spezialisten der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Vergünstigungen. Wie bei der R&V-Versicherung gibt es spezielle Mitgliedertarife. Und sparen ist doch immer gut, oder? Und wenn ihr über diese Seite eine Reise bucht, dann kriegt ihr einen Reisebonus in Höhe von 4%. Und natürlich gibt es noch die attraktive Dividende. Das bedeutet, dass ihr am Gewinn der Bank beteiligt seid. Diese zahlen wir einmal im Jahr auf euer Konto aus. Insgesamt haben wir 40.000 Mitglieder. Du bist noch keins davon? Dann wird es Zeit, mehr als nur Kunde zu sein. Es ist auch nicht schwer. Ihr müsst nur Anteile der Bank haben. Ein Anteil sind 150 Euro. Du kannst maximal drei Anteile zeichnen. Also 450 Euro. Diese Mitgliedschaft könnt ihr natürlich auch jederzeit kündigen. Aber dafür gibt es keinen triftigen Grund, denn ihr profitiert ja davon. Wenn ihr sagt, 150 Euro sind euch zu viel, dann ist es gar kein Problem. Ihr könnt nämlich auch schon mit 15 Euro einen Anteil zeichnen. Und durch die Dividende wird das Ganze aufgestockt. Kommt doch gleich zu uns in die Filiale und profitiert von den Vorteilen der Mitgliedschaft. Weitere Infos findet ihr natürlich unten in der Infobox. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst uns einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und kennt ihr eigentlich schon unser Instagram-Profil? Schaut doch einfach mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.